Der Rad besucht Lena, ihre Janine in der Schweiz, vom platten Norden in die Berge. Gegensätzlicher geht es kaum. Die beiden lieben ihre Heimat, Janine vor allem die Berge. Ich glaube, wenn es Schnee hat, dann noch draußen. Es ist ein bisschen für die Ohren, dann nicht. Ich weiß nicht, was ich in der Schweiz, was ich in der Schweiz habe. Und was? Soll ich heute nicht so höflicher sein? Ich weiß nicht, was ich in der Bahn bin. Ich kann nicht, was ich weiß nicht. Ich meine nicht. Und dann weiß ich dann doch nicht sofort oder andere.